Vor über 20 Jahren wurde die Mofa-Technologie konzipiert und seitdem ständig weiterentwickelt. Damit wurde die weltweite Farb- und Lackindustrie schlichtweg revolutioniert. Mofa steht übrigens für modulare Fabrik. Aber was bedeutet genau modular? Modularität heißt, den Herstellungsprozess in verschiedenen Funktionsgruppen zu unterteilen und dadurch eine maximale Flexibilität in der Herstellung zu erzielen. Mit anderen Worten, aus komplexen, langwierigen Prozessen etwas Einfaches und Effizientes zu machen. Mittlerweile sind wir mit mehr als 100 Kunden weltweit Technologieführer geworden, weil wir mehr als 63% Energie einsparen. Schneller, sauberer, sicherer und vor allem ökologisch und somit nachhaltiger sind. Jetzt haben wir diese Modularität um einen wichtigen Schritt weiterentwickelt und das Mofa-Gebäude hinzugefügt. Dabei werden unsere Technologie und die Hülle darum zu einer Einheit. In den letzten fünf Jahren haben wir in Zusammenarbeit mit einem Experten-Team aus Architekten, Ingenieuren und Kooperationspartnern aus dem Bereich Bau ein Gebäudekonzept entwickelt, das die Frage angeht, wie sieht der Industriebau in Zeiten des Klimawandels eigentlich aus? Zum einen haben wir für unsere Maschinen und Rohstoffe einen maßgeschneiderten Anzug angefertigt. Das Mofa-Gebäude ist, genau wie die Mofa-Technologie, kompakt, modular, flexibel und vor allem Dingen nachhaltig. Das Herzstück des Gebäudes ist aus Holz, ein traditionelles Material, womit Häuser immer gebaut wurden. Mittlerweile ist Holz ein nachhaltiger und nachwachsender Hightech-Rohstoff, was modular und vorgefertigt funktioniert. Durch die CO2-Speicherfähigkeit des Materials ist die Holzstruktur des Mofa-Gebäudes ein riesiges CO2-Lager. Um das Holz herum ist eine elegante und effiziente Gebäudehülle aus 100% recycelbaren und PVC-freien Materialien entstanden. Die sorgfältig ausgewählte Materialpalette lässt ein elegantes Outfit entstehen. Die Lagerfassade ist illuminiert und somit nachts in allen Farben darstellbar und lässt gleichzeitig Tageslicht rein. Die Dachpaneele lassen sich leicht einklipsen, ersetzen und wieder demontieren. Die asymmetrische Dachform erhöht die Konvektionswirkung und verbessert dadurch die natürliche Belüftung. Die Gebäudemodule greifen ineinander, sodass alle Funktionen perfekt verbunden sind. Inspiration und Atmosphäre ist der Schlüssel, der alles zusammenbringt, was Menschen und Prozesse an Orten bewegt, an denen sie vorher nicht waren. Deswegen haben wir ein Gebäude mit inspirierender Atmosphäre und kommunikativen Räumen entworfen. Ein qualitativ hochwertiges Arbeitsumfeld, das den vor uns liegenden Herausforderungen erst gerecht wird. Dieser neue, wegweisende Ansatz ermöglicht es uns, ein ganzheitliches Produkt anzubieten. Eine schlüsselfertige Lösung mit maximalen Synergieeffekten. Jetzt sind wir nicht nur besser, wir sind letztendlich unersetzlich geworden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017